So, alles okay. Musik ab, bitte. Kaum bin ich zu Haus, zieh meine Schuhe aus. Da kommt schon meine Frau und macht mich schon zu sau. Warum machst du nicht dies? Warum machst du nicht das? Mensch, L-M-D-A-A. Schon morgen bin ich weg, für einen guten Zweck. Da sitze ich in der Bahn, wo alle mit mir fahren. Und ich bin da der Chef, wo alle meine Richtung fahren. Ich bin König auf der Straße, mich hält nichts und niemand auf. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Produziere hier für den Straßenbahnmischel ein Video. Ich bin König auf der Straße, so ist der Titel dieses Videos. Und ich möchte mich herzlich hier bedanken, dass wir die Straßenbahn zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich selber komme aus Mainz, habe eine Videoproduktion, habe ein bisschen für Jürgen Dreef, so zwölf Jahre gearbeitet. Und mit vielen Künstlern schon Videos produziert und auch kleine Fernsehsendungen. Und freue mich, dass ich hier in dieser wildromantischen Straßenbahn sein kann. Es schneit draußen ein bisschen, macht richtig Spaß. Und ja, der Michael, er ist eigentlich der Künstler, kann ein bisschen was dazu erzählen, wie es zu diesem Video gekommen ist. Vor etwa einem Jahr hat unsere Firma, die Wiener Linien, eine Kampagne gestartet, die hieß, mach was du willst, nur nicht hier. Da ist es um Verunreinigung in der Straßenbahn gegangen, Lärm, also alle möglichen Verbote halt, oder was man vermeiden soll. Und dann haben wir eigentlich gedacht, warum setzt man das nicht musikalisch um? Und habe mit einem befreundeten deutschen Komponisten gesagt, können wir irgendwie einen Song produzieren? Und er hat gesagt, ja, ich soll ihm die Wünsche äußern. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, Probleme, Töner, Essende, Fahrgäste, Lärmende. Dann haben wir Fahrgäste, die was gerne in der Tür stehen, dass wir eigentlich dann nicht weiterkommen. Und jetzt ist der Song fertig und dann habe ich meine Firma ersucht, kann man irgendwie einen Videodreh machen. Und die haben es mir ermöglicht, dass wir diesen Clip heute drehen können. Der macht den Himmel immer vor, ich bin König auf der Straße. Applaus bitte. Ja, danke. Wer ist da? Moment.